Liebe Leute, das ist mein Hund. Snabby. Komm. Fritzi. Ja. Er ist echt süß. Komm. 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 Das war's. Komm! Komm! Snap! 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 Komm! Komm! Lacks, Matt! Hund! Snap! Snap! Er heißt übrigens Snappy. Das ist ein sibirischer Husky. Er ist mein süßes Hund. Den jemand hatte. Er hat schon einen. Wie heißt Tyson? Er ist sehr cool wie der Hund. Er hört er meistens. Er ist nicht so oft. Sitz! Mach sitz! Fein! Blatt! Mach blatt! Gib fötchen! Gib her! Okay! Fein! Mach blatt! Mach blatt! Ja, blatt! Blatt! Komm! Mach! Komm! Mach blatt! Och! Er will wohl nicht! Aber ja, ja. Snap! Cap! Also das war das Video von meinem Hund, ja, er ist sehr süß, sieht man ja, komm, komm, komm hier, Snappy, komm, ja komm, ja auf, ja komm doch mal, du Stingepäder, soll ich trennen, ja komm, ja komm, der hat diesen Ding schon den Arm abgefressen, wie sie es ist der Arm ab. Ja, da hat er Arm ab. Fail, da hat er Arm ab. Ja, da hat er Arm abgefressen. Seine Augen wechseln auch manchmal die Farbe. Wenn er aufgeregt ist, werden sie rot. Das ist richtig cool. Er hat sogar schon Rosen gefressen, weil er so dumm ist. Aber ja, er ist müde. Und dann tschüss, bis zu meinem nächsten Video. Tech out. Gut. Gut. Gut.